Hey Leute und damit herzlich willkommen zurück zu The Ultimate Trial, dem krassen Zelda-Hack. Es geht wieder weiter im letzten Part. Ja, da waren wir mal wieder in der Prüfung des Erwachsenen und sind fett gestorben. Ja, wir haben dann beim Rat des Todes nicht anvisieren gewürfelt oder gedreht. Das heißt, das wird unsere nächste Strafe werden. Ich freue mich schon wieder. Und für euch zur Info, ich habe jetzt zwei neue Strafen hinzugefügt, nämlich einmal die Schwebestiefel und die Eisenstiefel, dass die quasi dauerhaft getragen werden müssen während eines Kampfes. Schwebestiefel müssen dauerhaft getragen werden, solange wir in dem Trial sind. Es sei denn, es ist nicht anders möglich und ich muss auf Eisenstiefel wechseln, beispielsweise für einen Kampf unter Wasser. Ja, dann ist das so, aber danach muss ich halt wieder auf die Schwebestiefel switchen und Eisenstiefel muss ich halt während eines Kampfes anlassen, beziehungsweise, ja, ansonsten ist man zu langsam. Während des Kampfes müssen die angelassen werden, danach kann ich in den nächsten Raum und dann müssen die halt wieder angezogen werden. Das ist, äh, die jeweilige Strafe, ne, dass wir ein bisschen bewegungsunfähiger sind. So, ähm, wir haben die Info bekommen, dass wir eigentlich das Auge der Wahrheit brauchen für diesen einen Abschnitt. Dementsprechend würde ich mir das jetzt mal kaufen. So, unwiling lit. Ich hoffe, das ist das. Auge der Wahrheit. Das wird halt auch Magie kosten. Sieht schon cool aus. Set es zu sehen und press C, um zu schauen. Es ist mysteriöse Dinge, die überall geblieben sind. Okay. Sehen die Wahrheit, es kostet magische Kraft. Also press C wieder, um zu stoppen. Okay. So, jetzt ist die Frage. Wir haben jetzt noch 177 Rubine. Wir könnten uns Herzcontainer kaufen. Ich könnte aber auch sagen, wir kaufen uns jetzt noch ein Upgrade für die Magic Potion. Das wäre auch eine Idee, glaube ich. Oder wir kaufen uns halt einen Herzcontainer. Zwei sogar könnten wir uns kaufen. Ich glaube, ich mache lieber das. Falls wir wirklich das Auge der Wahrheit krass brauchen, dann werden wir froh sein, wenn wir ein bisschen mehr Magie haben. Nö. Geil. Schöne große Magieanzeige. Das ist doch schön, oder? Ansonsten. Ja, mehr hat er gerade nicht zum Verkaufen, würde ich sagen. 50 Rubine haben wir noch. Haben wir noch irgendwas, was wir für 50 Rubine kaufen können? Beziehungsweise, ich kann ja zu dem Typen gehen und kann mir noch mal ein bisschen Geld holen. Wir haben ja wieder ein paar Gegner zerlegt. Äh, Dekonüsse und Pfeile könnte ich noch kaufen. Ich glaube, das würde ich machen. Ich kaufe noch mal 25 für 20 oder 5, ja, 25 für 20. Ein paar Dekonüsse und dann kaufe ich noch mal ein paar Pfeile. Ich hoffe, ich kann noch Pfeile kaufen. Das wäre toll. Dann haben wir unser Geld ganz gut ausgegeben. Und sind wieder ein bisschen stärker geworden. Äh, Bomben habe ich jetzt noch gar nicht so wirklich gebraucht. Da, 25 für 20 Rubine. Haben wir es wieder full. Okay, gut. Bin ich zufrieden? Es geht wieder rein in die Prüfung des Erwachsenen, liebe Leute. Ich bin gespannt, was kommen wird. Und natürlich drehen wir jetzt erstmal wieder das Rad des Schicksals. Okay. Feuer frei. Komm mal ein bisschen Glück hier, komm. Das gibt es doch nicht. Immer schwer, immer. Also, ganz ehrlich, ich spiele das ganze Spiel hier wahrscheinlich auf schwer durch. Das ist ja unfassbar. Okay. Können wir nicht ändern. Ähm. Jetzt haben wir hier das Auge der Wahrheit quasi. Den Boomerang. Brauche ich den Boomerang? Ja, ich glaube für Fledermäuse ist der manchmal ganz gut, der Boomerang. Ansonsten. Guck mal, wir haben bald 500 Enemies getötet. Das ist auch nicht schlecht. Okay. Let's go. Wir sind wieder in einem schweren Run. Wir wissen, was uns erwartet. Mittlerweile sind wir schlauer geworden. Also beim letzten Mal hat uns eigentlich wirklich nur der Zombie richtig kalt gemacht. Dann am Ende, ja. Ich muss sagen, ansonsten geht's eigentlich bisher. Die Gegner sind alle machbar. Ich hatte jetzt noch nie so das Gefühl, ah, der ist jetzt so krass. Oder die Stelle ist jetzt so krass. Ich denke, wenn wir wirklich mal Glück haben und das Rad des Schicksals ist uns mal holt und wir haben mal leicht oder normal, dann rushen wir das Ding durch. Ich denke schon. Aber solange wir schwer haben, ah, wird's schwierig. So, zack. Weg damit. Okay. Was kommt jetzt? Jetzt kommt schon der Geist. So, zack. Alle erwischt. Sehr schön. Okay. Unser Lieblingsgeist ist mal wieder am Start. Ja, das ist halt einfach, das ist Zeitverschwendung, ne? Der Typ. Der braucht viel zu lange. Ba, 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 ba. Vor allem das Ding hier müssen wir bestimmt auch nochmal auf Zeit durchspielen. In 20 Minuten oder so. Könnte ich mir vorstellen. Das könnte ich mir echt vorstellen. Das wird dann, das wird dann lustig werden. Okay. Er ist so, ah, ich darf ja nicht anvisieren, ich bin so doof. Sorry, Leute. Ich hab's voll vergessen. Ich hab's voll vergessen. Hab ich anvisiert viel? Ich glaub ein bisschen, ne? Ah, ich mach's jetzt. Ich hab's voll vergessen. I'm sorry. I'm sorry. Ab jetzt keine Anvisierung mehr. Sorry. Oh, shit. Okay. Komm zu mir, meine Lieben. Oh, shit. Der mich auch. Nein. Ja, ich hab schon viel anvisiert, glaub ich, ne? Ah. Ja, sorry. Manchmal denkt man wirklich einfach nicht dran. Okay. Okay. Komm her, Fledermaus. Komm her, Fledermaus. Ja. Wunderbar. Also, ich kann euch jetzt schon sagen, das wird hier gar nichts werden. Das wird hier absolut nichts werden. Ja, was hältst du denn aus? Das wird Chaos einfach nur. Also, spätestens bei den Muscheln werde ich hier komplett außen vor sein, weil die nicht anzumisieren, das ist, glaub ich, das ist, glaub ich, ein hartes Thema. Die hier, glaub ich, auch. Obwohl, das geht eigentlich ganz gut ohne Anvisieren. Ja! Scheiße. Das ist doch schon wieder richtig kacke hier. Also, ich geh eigentlich immer mit dem Ziel rein, wirklich mein Bestes zu geben, Leute, aber manchmal läuft's einfach nicht gut, ne? So, den nicht anzuvisieren, ist halt auch mega scheiße. Okay. Aber Wirbelattacke regelt. Wirbelattacke ist wirklich... Bombe. Ja, der Feuertänzer, das wird jetzt auch scheiße ohne Anvisieren. Ich glaub, da nehm ich den Hammer. Da nehm ich den Hammer, ja. Ja. Okay. Hammer Time! Ba-ba-ba-ba-bam, ba-ba-bam. Dü! Ich muss mir auf jeden Fall angewöhnen, wenn ich in die Prüfung reingehe, dass ich vorher checke, was ich genau an Strafen hab und so. Das muss ich unbedingt lernen, nochmal zu machen. Ba-ba-ba-ba-ba-ba. Hä? Wie ich ihn einfach null interessiert hat? Okay. Den hätten wir. So, jetzt kommt Eislevel. Ah, vielleicht ist der Hammer im Eislevel auch nicht so schlecht, Leute. Wie ich jetzt mal aus? Jetzt ist gar kein Korone da, ne? Okay, krass. Also, der scheint nur manchmal da zu sein. Wahrscheinlich auch eher so ne Glückssache. Wahrscheinlich hatte ich voll Glück, dass der da war und ich, rottel, hab's einfach nicht ausgenutzt. Okay, wo ist er? Da ist er. Okay. Der ist auf jeden Fall dann mit zwei Schlägen down. Ja, das war gut. Kommt her, meine eisigen Freunde, Freunde, Leute. Okay, das war gut. Das ging schnell und das war gut. Shit. Du-du-du-du. Shit. Irgendwo ist noch eine, oder? Ah, okay. Noch so ein Typ. Mach ich auch Flächenschaden gegen die? Nee, ne? Nee, ne? Okay. Ja. Geht so. Lange durchhalten werde ich wahrscheinlich eh nicht mehr. Aber das ist ja auch der Sinn des Formats, Leute, ne? Dass ich das ganze Game hier ein bisschen schwieriger hab. Es ist quasi eine Prüfung in der Prüfung. Und zwar für mich. Okay, der ist auch eklig ohne Anvisieren, glaub ich. Vielleicht mit nem Hammer? Shit. Nee. Ich wollte einfach nur die Sprungattacke machen. Dafür muss ich ja den Anvisieren-Button drücken, aber es geht so nicht. Okay, gut. So, jetzt wird's eklig. Jetzt wird's richtig eklig. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Ohne Anvisieren. Mit Schild. Gegen die Muscheln wird's, glaub ich... ...ein Unding werden. Bin ich mir relativ sicher. Okay, wir haben 84 Rubine. Shit, ey. Okay, ich kann ja nem Schwert drauf holen. Mach doch was. Das wird so kackel. Ja, nee. Also, nicht anvisieren gegen die Muscheln. Boah. Nemesis. Mega Nemesis. Okay. Der hat ein Ausrufezeichen über dem Kopf. Ähm. Rat des Todes. Interagieren. Feuer frei. Okay, was haben wir? Komm. Nichts so Schlimmes. Schwebeschuhe. Ja. Also. Unser neues Kernitem. Juhu. Ich freu mich. Die Schwebeschuhe. Yay. Wer mag sie nicht? Äh. Hä, hä, hä. Okay. Hi. Extra, extra. Azora has entered the stronghold. A rare sign. No many of us come through here. The poor man seem to be quite lost and confused. Okay. Azora is here. Äh. Und der is sehr verwirrt und verloren. Sieht aus. When I asked him his name, he gave me a quizzical look and said Mickey. He's apparently unsure. Er heißt Mickey. Ähm. Just arrived here to be overwhelmed. I'm saying with time. He'll be right back to this old self. Believe it. I don't know. Keine Ahnung, was der mir gerade sagt. Gerne in die Kommentare schreiben. He was heating over towards the garden. If we are interested in trying to meet him. Maybe he is already feeling a bit better. Okay. Also der wartet im Garten auf uns und wir können mit ihm sprechen. Vielleicht fühlt er sich dann ein bisschen besser. Ich lass die Schuhe gleich mal an. Mh. Und ich hol mir jetzt mal ein bisschen Geld ab. Ich hol mir jetzt ein bisschen Geld ab. Und würde sagen. Ich kaufe mir ein paar Herzcontainer. 50 Rubine gibt er jetzt schon. Okay. Wie viel muss ich haben als nächstes? 550. Ah ne. You defeated 550. Okay. Als nächstes brauche ich 1000. Okay. Das heißt, der gibt mir jetzt erstmal kein Geld mehr. Yay. Ich freue mich. Super. Okay. Da ist er, der Zora. Hallo. Der sieht aus wie Mikau. What a true place, huh? I might not look at now, but I was an up and coming musician back to home. Back at home. Okay, er war ein Musiker, der auf dem Weg nach Hause war. It's been hard after Gandalf attack I made have been able to get my big break if he hadn't. Okay, es war für ihn schwer, nachdem Gandalf angegriffen hat. Und er hatte eine große Pause irgendwie gemacht. I don't have my loot with me. I'm sure I could bring some much needed energy around here. Ist das eine Laute? Loot heißt Laute? Gitarre? Keine Ahnung. Keiner braucht der Musikinstrument. Das wäre cool, wenn er das hätte. Dann würde er sich wahrscheinlich ein bisschen mehr freuen, sage ich mal. Okay. Er hier ist immer noch crazy am Dancen. Und ich würde sagen. 134. Damit können wir uns einen Herzcontainer kaufen für 75 Rubine. Mache ich jetzt auf jeden Fall. Wir können uns auch demnächst mal eine Potion kaufen. Könnte mal tun. Okay, er hat schon wieder was für uns. Ich glaube, heute kommen wir nicht nochmal rein. Extra, extra. Ich will name it. Michael ist over at the forge. Oh. Right now he is a friend of the Smithy Will. Over away our friends. He is a bit fishy. Er ist ein bisschen fischig. Also, äh, Michael ist gekommen in der Schmiede. Und er ist ein Freund vom Schmied Will. Aber das heißt wahrscheinlich nicht, dass der uns was verbessern kann, oder? Not like Zora Fishy. Haha. I hear he runs some shady business on the side. But I don't have any eyewitness testimonies. Was? Test, testimonies? I don't know. Ich habe keine Ahnung, was der mir gerade sagen möchte. Some kind of illegal fighting ring. Also I have heard. Oops, I don't mean to gossip. I only report facts. Ein illegaler fight ring? Okay, da gehen wir nochmal hin. In der Schmiede. In der Schmiede. Was, ein illegaler fight ring? Was zur Hölle? Also Leute, ihr müsst mir da auf jeden Fall ein bisschen unter die Arme greifen, was die Übersetzung angeht. Das merkt ihr ja. Das ist alles sehr... Complicated, sag ich mal, ne? Was die da erzählen. So, gucken wir mal, was da in der Schmiede abgeht. Aber ich glaube nicht, dass der uns was schmieden wird, wenn der nur ein Freund vom Schmied ist. Also er ist ja nicht der Schmied, er ist nur ein Freund. Äh. Ach, der Typ. Alles klar. Hey, nice to make your... Kanschauf? Keine Ahnung. I see like a pretty fool guy. Got a nice build. Seems dirty. Ein hübscher Typ. Keine Ahnung. Du hast ein gutes Bild. Studi. Ich weiß nicht, was Studi heißt. Sagst du, du möchtest kämpfen? Okay, der möchte. Ich bin mit uns kämpfen. Ja, klar. Das ist, was ich höre. Ich kann dir sagen, ich habe ein Willen für die Flaschen von Blasen. Der will, die dich auf den Fuß schmieden. Okay. Listen, don't tell anyone, but I know of a place where you can battle to your heart content. Sounds nice, ja. Ähm. Maybe you could present me into cluing you in... Okay. Also der kennt einen Platz, wo man halt kämpfen kann gegen irgendwelche Leute. Ich weiß nicht genau, gegen was wir jetzt kämpfen werden. Es kostet 20 Rubine, dann bringt er uns hin. Wir probieren es mal aus, oder? Äh, der Part ist zwar gleich rum, aber wir probieren es immer aus. Are you sure know how to bribe a guy? Alright, let you in a... In on the secret. Where is a Sonai Arena? Where is a Sonai Arena underneath the fortress? Hier. Unter dem Wald gibt es eine Sonai Arena. Das ist ein Secret. Also der sagt uns nur ein Secret, wo das ist. Where would be judged on how many foos? We could feel within a time limit. Make the threshold and the winner would be given a great prize. We had to ban an attack crew, something about it, buying two OP of a powered cannon, whatever that's mean. Anyway, you do any fancy fast spins. Downware. What do you say? Want to give it a try? Where am I joking? Of course you do. Now I did. Alter, was? Okay, alles klar. Das Kolosseum. Okay, ich muss Gegner töten, bevor das Zeitlimit abläuft, ne? Alter. Ich kann keine Spin-Attacke mehr machen. Das hat er mir erzählt. Okay, ich hätte... Ich glaube, es ist auch das Gefährliche daran, dass du keine Spin-Attacke mehr machen kannst. Aber die sterben alle mit einem Hit. Alter, was ist denn nur los? Ich bin gestorben. Ey, das machen wir nochmal. Das machen wir nochmal. Aber im nächsten Part, Leute. Oh, that's true, buddy. Looks like you quite up the challenge. Maybe get some training in a... And try again. Okay. You ought to bring it whatever you want. So maybe stock up on some items before you come. Talk to me again. Hm. Okay. Aber wir haben auch relativ viel Geld bekommen, muss ich sagen. Ich würde sagen, das zählt als Tod. Und wir machen im nächsten Part die Strafe. Und wir rerollen auch Rad des Schicksals, wenn wir das machen. Würde ich sagen. Ja. Alles klar. Das war's von mir. Vielen Dank fürs Zusehen. Gerne liken und kommentieren. Bis zum nächsten Mal. Euer Zelt der Junge. Tschüssi. 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 Tschüssi.